Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Röntgen von Fiddy Grow Fish. Ich bin heute im Fluss unterwegs und habe mir den paar Jahre ausgesucht, den Nosferatu unter den Fischen. Denn die zwei Hauer, die sind doch einfach nur gefährlich, oder? Der sieht auch einfach nur creepy aus. Was ist zu ihm zu sagen? Gesundheit 44, Schaden 11, der ist richtig gefährlich. Im Fluss sind 11 Schaden eine ganze Menge. Großer Nachteil der Sache, er hat keinerlei Fähigkeiten. Aber, hey, wir werden das schon irgendwie schaffen. Genug gelabert, los geht's. Sieh, da bin ich. Ganz schön hell. War der immer so hell, der Fluss? Ich denke ja. Hier drüben ist einfach mal nichts. Da schwimmen wir schnell mal wieder raus. Oh, ein Hecht. Der hat mir was zu fressen übrig gelassen. Aber, kann ich auch den Hecht fressen? Das ist die große Frage. Kann ich. Oh, das Stückchen Fleisch ist zu groß. Das muss ich mal klein machen. Jam, jam, jam. Was haben wir denn? Ah, ein Trout. Noch ein Trout. Erwischt. Jam, jam, jam. Na du? Keine Ausdauer. Kann ich gegen die Strömung ankämpfen, wenn ich keine Ausdauer habe. Erwischt. Jam, jam, jam. Oh, daneben. Oh, die weichen im letzten Moment aus. Erwischt. Lecker Schmecker. Oh, die hat mich gestunt. Die Sau hat mich gestunt. Ja, komm da her, du. Erwischt. Jetzt schwimmt deine Leiche hier am Fluss rum. Oh, die Leiche ist schneller als ich. Ich kann sie nicht verfolgen. Sie haut einfach ab. Na, verschwinde halt. Ist mir egal. Ich finde schon was anderes Leckeres. Mit denen da vorne zum Beispiel. Oh. Easy Buddy. Einfach zu schnell. Erwischt. Jam, jam, jam. Beim Buddy habe ich auch gleich mal erwischt. Ja, leckeres Fleisch. Wusch. Eine Chance gegen mich. Einfach zu gefährlich. 22 Schaden. Das tut weh. Wow. Hä? Was geht? Wolltest du dich mit mir anlegen oder wolltest du den anderen fressen? Ich hoffe den anderen, denn ich bin viel zu stark. Deswegen haust du auch ab. Erwischt. Bist du schon etwas größer. Jam, jam, jam. Na, wo wollen wir denn hin? Hau doch nicht ab. Hau nicht ab. Lecker Schmecker. Da ist noch ein Hecht. Ja. Meins. Du hast keine Chance. Wow. Ihr seid lecker. Oh, ich will nicht fressen. Oh, das Riesenstück Fleisch. Oh, lecker. Ja, aber was machst du, Junge? Was machst du? Nein, hau nicht ab. Mein Fleisch gehört mir. Ich möchte das alles alleine fressen. Komm her. Dann halt der Kleine. Egal. Ich werde euch alle fressen. Oh, Mist. Hui. Ich dachte schon, ich mache jetzt einen Landgang. Ich wollte nicht den Kleinen. Ich wollte den Großen. Ne, da. Zu groß. Jetzt muss ich das klein machen. Oh, ganz schön ruhig geworden. Na, du. Ich werde dich hier in den Seitenarm reinlocken. Ja, schwimm da rein. Da bist du verloren. Wow. Cleveres Börschchen. Doch nicht so clever. Wir schwimmen mal weiter. Gibt es bestimmt irgendwas Großes, Leckeres. Erstmal den Kleinen hier. Njam, njam, njam. Was haben wir denn da, Dickes? Mh, köstlich. Ich schwimme einfach mal weiter. Ich schwimme schon 104 Gesundheit. Und mache 37 Schaden. Das tut dir richtig weh. Wenn ich zubeiße, das tut dir richtig weh. Ich denke, es ist in der Zeit, den Herrn des Flusses heimzusuchen. Also, gibt es noch was Leckeres? Dann würde ich das jetzt mal fressen. Na, du? Will dich immer im Ganzen fressen. Aber es klappt noch nicht. Jawusch. Uh. Leckere Beute. Oh, der Große hier. Ich will den Großen. Ich will keinen der Kleinen. Ich will den Großen. Oh, ho, 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 ho. Alles meins. Alles meins. Ihr kriegt nichts davon ab. Das ist alles meins. Wer hier versucht, was wegzufressen, wird gefressen. Lecker. Ich kann dich noch nicht im Ganzen hinterschlurpsen. Das ist schade. Ah, da sind noch mehr. Die sie haben. Ich will sie alle haben. 66 Schaden. Es tut so weh. Ja, komm. Jam, 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 jam. Nein, hau nicht ab. Hau doch nicht ab. Lass dich beißen. Direkt hinter dir. Vorfolgsjagd aufgenommen. Nix da. Du entkommst mir nicht mehr. Der versucht hier tatsächlich. Ah, was passiert denn da Leckeres? Ja, weg warst du. Dann bist du ja wieder. Erwischt. Lecker. Nein. Du frisst die nicht. Ich will zu dir. Ich will dich fressen. Lecker. 201 Gesundheit. Ich bin viel zu groß, viel zu stark. Die müsste ich doch im Ganzen wegschlubsen können. Genau. Die kleinen Piranhas. Nehme ich mal als kleinen Snack mit. Flup. Weg warst du. Ah, der Dicke hier. Der sieht lecker aus. Der sieht richtig lecker aus. Und er schmeckt auch lecker. Weg mit euch. Ah, Piranhas. Die Masse. Jo. Erwischt. Ah, ich mach das Geräusch eines großen Fisches. Müsste auch langsam das Ende kommen. Oder wo ist das Schild? Das ist wirklich schon lange her, dass ich das letzte Mal im Fluss war. Da ist das Schild. Aber ich weiß, irgendwann kommt das Schild. Den hab ich noch mitgenommen. Nein. Könnt ihr nicht kurz vor Ende. Wir können nicht kurz vor Ende hier sein. Das ist unfair. Jetzt werde ich nach unten getrieben. Hallo Welt. Das ist ein Hecht. Du bist fällig. Ich mach zu viel Schaden. Du bist hin. Ich kann die großen Stücke fressen. Genial. Keine Chance mehr. Ja, ihr seid nur noch kleine Snacks. Oh, jetzt den großen. Na? Willst du dich in mein Maul? Der von mir abhaut? Wie der einfach abhaut? Oh, im letzten Moment. Halt. Den hier krieg ich. Der schwamm direkt auf mich zu. Den konnte ich nur erwischen. Ah. Wo ist der Große? Na komm schon, Herr des Flusses. Wo bist du? Wo sind deine Blubberbläschen? Wo bist du? Marco? Komm schon. Marco? Sag schon, Polo. Marco? Da. Boah. Einfach zerlegt. Einfach zerlegt. 450 Gesundheit. Ich bin unbesiegbar. Keiner von den Kleinen hier kann mir noch was. Da. Versuch abzuhauen. Ich bin direkt hinter dir. Genügend Ausdauer habe. Werd ich dich einholen. Detet. Detet. Ah. Erwischt. Lecker. Hm. Bis zu welchem Level machen wir? Was sagst du? Boah. Du siehst. Du siehst so ekelhaft aus. Diese Zähne, die da oben einfach rausragen. Bah. Ach, hallo. Wie er versucht abzuhauen. Der kleine Feigling. Bin direkt hinter dir. Erwischt. Mit einem Biss getötet. Das ist der nächste. Das ist der nächste. Auch mit einem Biss. Ach. Du wirkst so klein inzwischen. Ist gar nicht mehr so groß. Also guck mal. Die kann ich im Ganzen fressen jetzt. Lecker. Ich kann die einfach im Ganzen hinterschlubsen. Mh. Umköstlich. Na, wir schauen mal. Da ist er. Wir bis Level 40 machen oder bis Level 50. Je nachdem, wie schnell ich hier levele. Aber ich würde sagen, Level 50 ist durchaus drin. Wenn der noch ein paar Mal kommt, kriegen wir das hin. Da, da, da. Na, wo bist du? Marco. Komm schon. Marco. Wo bist du? Da. Am Wasserfall gewartet. Auf leichte Beute. Dabei wurdest du zur Beute. Wo sind deine Pluppa-Bläschen? Komm schon. Wo sind sie? Da bist du. Jam, 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 jam. Weg mit euch. Ihr seid klein und lecker. Level 36. Naja, es wird langsam schwieriger zu leveln. Vielleicht ist 50 doch ein bisschen viel verlangt. Da. Na, wohl 38 habe ich jetzt schon. Geht noch. Da geht noch was. Da, 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 da. Hup, hab ich's. Bin so groß. Aber meine Augen sind wunderschön. Auch wenn ich selber sehr hässlich bin. Meine Augen sind wunderschön. Lupp. Bin die Kleinen hier mal gefressen. Oh, kleine Trouts. Das ist durchaus mal drin. Man will ja auch ein bisschen Abwechslung bei der Beute, ne? Weg mit ihr. Götet. Boah. Ist eine Haifischflosse. Ja. Die Haifischflosse. Ja. Na wohl. So richtig Haifischartig sieht sie doch nicht aus. Da ist er. Da ist er, der Große. Bump. Weg war er, der Große. Level 40. Wir nähern uns an. Bump. Komm schon, Großer. Wo bist du? Da bist du. Abischt. 1600 Schaden. Au. Einfach nur au. Aber ich kann ihn nicht im Ganzen verschlingen. Das ist noch ein bisschen schade. Ich würde ihn zu gern im Ganzen verschlingen. Aber da bräuchte ich wahrscheinlich mindestens Level 80. oder so. Können wir mal nebeneinander schwimmen, um mal zu schauen, wie groß ich bin im Verhältnis zu ihm. Wenn ich ihn denn finde. So. Wo bist du? Seht ihr, Blubberbläschen? Da. Na, wenn man so guckt. Er ist schon viel kleiner als ich. Aber noch nicht so klein. Dass ich ihn im Ganzen verschlingen könnte. Ja, versuch abzuhauen. Lass das. Oh, ja, ja, ja. Die will ich alle. Die will ich alle. Was mit dir? Keinen Bock mehr zu spielen? Okay. Frisch ich dich so. Auch die kleinen, auch die kleinen, auch die kleinen bringen die XP. Da. Da, 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 da. wo ist er komm schon zeigt eine blubber bläschen da vorne ich habe sie gesehen mit hier 44 damit 48 würde ich mich noch mal in den fluss aufmachen oder meine die ganze zeit im kreis schwimmen nur den fressen ist ja auch ein bisschen langweilig oder wir machen sie es einfach wir machen sie jetzt einfach am level 44 nichts wird mehr gefährlich das gras sieht hier ein bisschen bucky aus aber hey da ist irgendwas kleines ich hoffe ich habe so ein schwarm weg mit dir ach die bringen kaum was die hechte ich brauche diesen schwarm der kleine war weg ist auch tote hose im fluss ist ja ganz mal los die kleinen mit ihren 58 lache ich drüber lasst ihn in ruhe ich will den fressen wo ist der schwarm sind alles nur kleine fisch ist die bringen nichts da ist der schwarm das war noch nicht der ganze schwarm ja ja und schon alle irgendwie mehr erinnerung ich kann nicht mitnehmen muss ich mal fressen danke da vorne sind blubber bläschen der ist doch nicht hier kann nicht sein so weit raus schwimmt er nicht auch guck mal hier ein kleiner fisch hup wegmacher ich nehme mich mal mit als snack zwischendurch kleine piranha hier vor mir er weiß schon was ihn blüht schwimm nur weg war es da da ist das schild da ist der schwarm nein ich kriege ihn nicht kriege ihn nicht doch doch ein paar kriege ich jetzt kurve gekriegt den nehme ich mit auf die reise oder auch nicht ich meine die kleinen nicht den großen ich wollte den großen ich gebe es zu jahoo riesen fisch im anmarsch oh guck mal wer da ist da hast du wieder gewartet aber nicht auf mich oder ich bin einfach riesig wir haben noch vier level mal level 50 dann kann ich die folge beenden ja gegen ende wird es echt hart mit dem level im fluss kannst du nicht wirklich riesig werden weil dazu fehlen die passten beute fische zum wahl schwimmt hier nicht mal eben lang sag mal ich habe da ihr blubberbläschen gesehen äh da vorne da ist er guck weg mit dir drei level noch wo bist du da ist er ach immer noch drei level jetzt sind es nur noch zwei äh da dieser weiße high musik oh direkt neben mir gespawnt das ist sehr vorteilhaft dann geht das schneller nochmal ich kann dich aber nicht im ganzen fressen das ist schade so gleich geschafft eine noch noch ein bisschen wegzehrung einer komm schon da ist er möchtest du meine beute sein möchtest du ja du möchtest erwischt level 50 1861 gesundheit fast 3000 schaden ich bin einfach unbesiegbar aber das bin ich schon seit zig leveln denn ich bin nosvaratschiff schiff fisch nicht schiff nosvaratfisch ok es ist einfach spät zum zeitpunkt der aufnahme aber ich gebe es zu an dieser stelle danke ich vielmals fürs zuschauen wir sehen euch noch einen wunderbaren tag und würde sagen auf wieder schauen oder reingehauen ciao 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 ciao